Herzlich Willkommen zum allerletzten Video aus Liga 1. Ja, meine lieben Freunde, wir sind jetzt wieder in der ersten Liga angekommen, aber unser Ziel ist es natürlich, wieder die Elite-Division zu erreichen, die Spitze der Spitze. Ob uns das gelingt, erfahrt ihr in diesem Video, also seid gespannt. Ah, okay, GG an Leverkusen-Digger, jetzt noch Platzverweis für Mainz. Scheiße, ja, die füllen 2-1, ne? Ja, naja. Echt, gewinnt Leverkusen gerade? Baul, Rossi. Richtig und richtig, Digger. Du musst gleich wieder Meister, sage ich. Ja, der ist geschlachtet. Oder? Ja, Uppermekana, Digger, der zieht auch durch, Digger. Ja, boah, der hat zum Glück gesperrt morgen, besser ist das. Jürgen, der ist gesperrt für die Bundesliga-Anschule und für die Champions League-Digger-Rückrunde. Ja, der wollte gesperrt für die Bundesliga-Anschule. Er ist ein Poster! Ich sag's dir, er ist der wahre Imposter! Du call me on my cell phone Did I do this? Did I do this? Wuhu! Wuhuu! Wuhuuu! Wuhuuu! Zongeschnitz Du gehörst? Wir müssen halt wirklich den Ball ins Tor tragen Wuhu! Dann, du gehörst Dann stinkt auch, du kocht Aber keiner Hermann! Du! Da ist das Auge für ihn Let's go, Puff Let's go Jungs Mann, Junge Hermann, super You're so pretty You're so popular Nein Ich bin im Zwischengang happy für mich in Vorlage gehen Oh Okay Wow Oh Was getrickst? Jungs He 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 Ja, kurze Ecke. Ja. Jungs, durch du Gatsch. Gerochen. Immer schon die Kamera lächeln. Gentle Spirits. Gentle Mentality. Beiße, Junge! 33er. Stark. Ja, Dina. Klipp. So nehme ich. Auch Kategorie Tor des Pro-Clubs tatsächlich? Naja, aber war ja auch nicht Werner, der Tor sei nicht drin. Naja, trotzdem. Den erstmal so zu nehmen. Oha. Ja. Was denn? Ja, ich habe erst jetzt das Tor gesehen. Deswegen. Oh. Oh, oh, oh. Ja. Ja, das war aber richtig stark gemacht von Erik Maximischer von Mettinger, aber vorher auch schon von Kimmich, der lange Ball. auch schon mal. Ja. Ja, das war meine... Ja, das war meine... Bro, es geht da weiter, wo es gestern aufgehört hat. Nein. Soll? Jawoll, aber schon wieder die Jacke. Äh, die Jacke, äh, da. Ja. Latte war schon wieder dabei. Äh, das ist geil. Ja, heute war er wieder überragend. Außer dieser eine Kopfball, den er eigentlich auch machen muss. Aber... Hast du da ne? Nein, 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 nein. Digga. Was soll man da machen, ey? Ich gehe in den Zweikampf, der Ball geht vorbei. Schön gesehen. Boah! Boah! Junge! Thor hat gleich mit ins Tor geschossen. Alter, was ein Ball. Stark. Ich muss mir nach dem Game mal was zu trinken holen. Was? Ich muss mir nach dem Game mal was zu trinken holen. Jo, jo, jo. Sehr gut aufgedreht. Ja, das ist deine Position. Das ist deine Position. Ganz stark. Boah! Ey, das war so gut kombiniert. Digga. Heftig. Oh mein Gott. Thor des Pro Claps, Digga. Alter Schwede. Junge, schweißt er das Gerät da ein. Holy... Aber das Ende war dann halt... Schade. Acht Achtel sind wieviel Minuten? Also es ist halt... Je normal war es bei 40 Minuten. Oh. Cool, Digga. Hm. Ähm... Nur am Jugendbasketball, also bis zu 12 ist das aufgeteilt in Achtel. Also es gibt... Äh... Acht. Ab Marine Acht. ich habe nichts gedrückt ich schwöre auf alles ich habe nichts gedrückt ich wollte ich habe nichts gedrückt starkes gegenbruch ja real talk das ist so verwirrt was hier passiert oh mein gott rüber 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 bau egal wie wir eine ecke ausstehen wir werden immer aus ja ich das liegt aber glaube ich daran dass ich strafraumbesetzung bei ecken hochgemacht habe ich muss das wahrscheinlich wieder zurückstellen ihr habt keine ahnung wie er eingegangen ich habe keine ahnung wie er reingegangen ich habe keine ahnung wie er reingegangen ist, aber hauptsache he ist drin strafraumbes hast du noch he ist wieder ey 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 kurz 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 Oh Gott Oh du Hut Digga, gib da die Fahnen vor oder mich weiter Ein Macher und kein Lacher Let's go Nerven aus Stahl, Digga Oh Puh Tough one Jetzt kann ich wieder auf Defensive zurücksetzen Cool Tough one Na klar Na klar, das war ja mal wieder so klar Ich hinterlaufe Ganz stark Ganz stark Oh ne Junge Yes Bam bam Da bin ich wieder Daniel Da bin ich wieder Jungs Ja Mann Let's go Na ja Zeig dir ja auch sein Trikot Junge Zeig dir ja auch sein Trikot Junge Ja so nämlich, Farbe bekennen What the hell Aber er macht ihn Mach ihn, mach ihn, mach ihn, er macht ihn Daniel Herrmann Ja er wusste nämlich, dass ich sweaten will Deswegen War ich mir nicht sicher mit rüberlegen Krass Ich glaube die lassen uns noch Alles klar Das ist Ich hab' nichts Ich hab' nichts Ich glaube, die lassen uns noch Digga Ganz stark Ich habe hier ganz viel zum cutten, Alter, oh mann Ich habe hier ganz viel zum cutten, Alter, oh mann Schlafen geschickt mit Gute-Nacht-Kuss So 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 Digga, wollen die echt zweistellig hier raus Ja Ja Oh, ich brauch die Tore noch für meine Statistik Abgehoben Hoch, 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 hoch Hoch? Ja, 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 ja Bleibt da stehen, bleibt da stehen Meinst du? Ja Ja Komm, hast du doch 10 dinger 10-1 10-1 Und das ist eine Liga 1 Was soll ich das mal so machen Entspannte Rino Und jetzt auf in die Aufstiegsspiele Besser kann man eigentlich nicht in die Aufstiegsspiele kommen Ja ihr habt es gesehen Leider wurde es diese Saison Nichts mit dem Aufstieg in die Elite Division Also kein Back-to-Back Elite Division Aber nichtsdestotrotz sind wir in der Division 1 Nehmen diese Playoff-Spiele auch sehr ernst Und ihr werdet im Laufe der Woche noch erfahren Wie wir uns da geschlagen haben Also seid gespannt Wir sehen uns beim nächsten Video Haut rein bis dann und ciao